Sie wollen mich auf meinen Streifzügen begleiten? Nun gut. Keine Angst, wenn ich Sie auf öffentliche Toiletten oder in die Herrensauna mitnehme. Sie müssen nämlich wissen, ich mag Männer. Bin 30 Jahre alt, von Beruf Lehrer. Ansonsten bin ich genauso normal, alltagsmüde, neurotisch und polymorph pervers wie meine Kollegen in der Schule. Trenne Radikalberufen, Privatleben und Fiebere der Freizeit entgegen. Ich hab's ja in ein paar Tagen starken Ausfluss, ja, das ist so schleimig, so gelblich, ja. Nein, es darf ja nicht, weil so ein Schlachsahne und Kuh verpackt, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020